ohne du solltest die türen nicht unbedingt offen lassen so was machen wir jetzt damit war mal produkt entnehmen hier kommen jetzt haben wir hack guck mal ich habe eine hand ich habe eine hackhand du hast nach kann und ich bin hack sein ach guck mal man kann das hier hinhängen hier unten guck mal hier guck mal hier siehst du das sieht aus wie ich darf ich sagen oder das ist eine wurst das ist aber warte mal was da guck mal das reift jetzt erst guck mal ein prozent ja aber warte mal aber rené was ist denn ja was was ist denn wenn wir wenn wir das in die in die wurstspritze tun das probiere oder ofen war mal rein ja ich will das erst einmal drehen mal drüben in die wussspritze tun niemand nimmt das mal gucken ob du zum ofen gehen kannst hier ob das dort drin ne geht nicht nein aber in die wurstspritze ja was macht er nicht du musst brauchen wir nach dem damen halte gedrückt und zu platzieren das geht hier nicht ach so ja dafür brauchen wir noch irgendwas hier verwenden jetzt geht's nee das ist wieder fahren ich glaube der anhänger noch ein bisschen verpackt ich denke ich denke mal die wo es ist jetzt vorbei vielleicht musst du den topf kommen wir einmal mit dem fleisch vielleicht müssten wir dann den topf neben den topf kannst du ja ja aber vielleicht müssen wir den topf denn nehmen und daran irgendwie okay kann sein steck mal rein hier dass man das mal moonlight drehen bitte damit gesehen hat gesehen hat ja scheiße wie geht das jetzt da ich will abbrechen durch die pack auf dem fußbohr muss das vielleicht auch da unten was das toll ich gehe mal in v ja und das auch hübsche kreolen an auch cool das spritzt da richtig rein guck mal jetzt kann sich damit mit links kannst du das ja jetzt aufnehmen und gegen kannst du jetzt im fleischwolf auch nicht mehr zum links hier dann fehlt der denn fehlt es noch irgendwas aber man kann es ja auch aufhängen kannst du es kochen und mit dem topf zusammen geht doch jetzt ist es drinne du hier hineinlegen jetzt zu machen müssen ist drin jetzt okay ich gehe mal verwenden guck mal ich mache jetzt für monat eine dicke wurst aber kommt nicht raus doch warte da ist ja noch mal drauf ich mache jetzt in deutschland hier bin ich da ist nicht mehr das ding nehmen aber nicht nicht das fleisch nehmen also mit links klick jetzt kreis Policy verwenden hineinlegen die taste musst drücken ja und Und dann dreh ich wieder. Jetzt drehst du, genau. Dann fällt die Scheiße hinten raus. Die was? Die Scheiße. Moonlight, komm, gönn dir die Wurst. Sie will das ins Gesicht gespritzt haben. Oh, wie bist du das? Wollen wir Wurst machen, Mann? Komm, wir lassen mal dicke Wurst machen. Ich weiß gar nicht, wie viel können wir denn? Ich weiß gar nicht, was denn billiger ist hier. Und kann man das auch? Wir können noch vier Würste machen. Okay, dann. Warte mal. Fünf. Ich nehme jetzt das Auto, fahr rüber, hol das Fleisch. Hat oder doch schon. Wo ist noch das Fleisch jetzt? Hat oder schon, alles drauf auf so ein Auto. Ah, okay, Entschuldigung. Dann haben wir noch Milch? Ja, ich hab für frisch gemolken. Ach so, hab dann. Dann holt man her. Dann brauchen wir noch einen Topf. Dann brauchen wir mindestens zwei Töpfe. Nee, warte mal. Auf dem Herd können wir, warte mal. Auf dem Herd können wir insgesamt zwei Töpfe stellen. Also bräuchten wir einen hierfür. Und zwei für, also drei, also müssen wir noch zwei Töpfe kaufen. Aber wir dürfen das Futter für die Hühner nicht vergessen, ne? Oh, ja. Ja. Das Fleisch. Oh, das Fleisch braucht aber wirklich lange, du. Das erste Fleisch hat jetzt erst 34 Prozent. Tsch. Was wir da aufgehängt haben. Also da müssten wir wahrscheinlich, äh, Wursten, 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 Wursten. Das ist mal eine Abwechslung zu den Eiern, ne? Auf jeden Fall. Ich wette mit dir. Wir können ja beides, wir können ja beides machen. Immer einmal eine Wurst nehmen und aufhängen und einmal eine Wurst drehen und aufhängen. Ich wette mit dir. Ja, je nachdem, wie viel, wie das, äh, was es preislich so gibt, oder? Dann müssen wir testen. Monatend nimmt man das mal. Nicht den Topf nehmen, sondern rausnehmen das Fleisch. Produkt nehmen. Genau, jetzt kannst du es so anhängen. Oh, das ist so toll. Ich wette mit euch, irgendwann wird man die Eier nehmen können. Und die an den Topf schmeißen können. Ohne, komm mal her. Jetzt nimm doch mal das Fleisch, den wir doch mal kennenlernst hier. So, hatte ich die denn jetzt? Und einfach reinhängen, wo das Klo war. Okay. Okay, ähm, hattest du zwei oder drei Kühe gemacht? Einfach unten anhängen. Unten anhängen, Ulle. Ähm, ich habe, glaube ich, alle durch. Okay, weil eine konnte ich noch. Ja? Mhm. Die gehen alle so durcheinander, ne? Ja, das ist ein bisschen anstrengend manchmal. Nee, ich hätte es anders machen müssen. Du kannst anhängen. Oh, das schmatzt richtig. Warte mal. Jetzt musst du den Topf nehmen. Nicht erst Fleisch nehmen, sondern den Topf musst du nehmen. Ich fahre mal los und hole mal jetzt Hühnerfutter. Warte, ich komme mit. Jetzt gehst du da an das Ding ran und sagst, hineinlegen. Die Taste musst du drücken. Jetzt kannst du den Topf wieder hinstellen, jetzt kannst du den drehen. Dann kommt die Scheiße raus. Warte, ich komme mit. Wo bist du? Ja, ich fahre nur rückwärts. Alles gut. Achso. So, warte mal. Warte mal, ich will mal den Käse mitnehmen, den Tag mitnehmen. Ich will gucken, wie teuer das ist. Hier, nimm mal die Kühlbox mit, ja. Steigen Sie ein. Hab die Post. Dann brauchen wir auf jeden Fall Hühnerfutter noch wie Angro. Und noch einen Topf. Das wird auch irgendwann. Aber wenn ihr den hier nehmt, ihr könntet ihr den Hänger drauf schmeißen. Ihr habt den Hänger nicht. Ach ja, wir hätten den Anhänger mitnehmen sollen. Ähm. Wir liegen auf dem Korb. Okay, Ulle, hast recht, dann kaufen wir noch einen zweiten Anhänger. Oder? Oder nicht? Oder doch? Wir haben ja auch noch einen LKW. Ja, den LKW haben wir auch noch. Ich weiß nicht, ob wir jetzt unbedingt einen Anhänger haben. Nein. Nein, ich meine, der kommt doch zurück und nimmt den hier mit den Anhänger. Nein, das schaffen wir schon. Wir brauchen ja nur einen Topf. Ja, aber wenn du aber fünf, sechs Säcke holen willst, ne? Dann ist das Ding voll, ja, das stimmt. Es passen acht Futter-Säcke hinten drauf. Warte, das Auto wollen wir ja nicht verkaufen, entschuldige, bitte. Aber dann nimm mal den Käse raus. So, jetzt haben wir ja kein Platt. Guck mal, gucken. So, warte mal hier hinstellen. Und jetzt kann ich sagen, nehmen. Ah, hier, guck mal, hier. Ja. René, wir hätten auch den automatischen Fleisch bei uns kaufen können. Das war zu teuer. Ach, Quatsch. Nicht hier. Nicht hier verkaufen. Das ist doch hier bei der Fressdings. Bei der Fressbude müssen wir die noch verkaufen. Ach ja, aber warte mal, dann kann ich ja trotzdem schon mal noch, ähm, also ich nehme jetzt erstmal vier Säcke Futter mit, ja? Ja, dann fahren wir nachher nochmal hierher. Gut, vier Säcke Futter, dann nehme ich jetzt noch einen Topf mit und noch eine Kühlbox, richtig? Noch eine Kühlbox? Ja, weil da passen nur zwölf Stücke rein. Und wenn wir aber gut sind, wir sollten auch nochmal, ja natürlich, aber wir sollten dann auf jeden Fall nochmal Schweine kaufen. Mindestens zwei. Aber nicht jetzt. Nachher mit Futter oder so. So. Ach du, das wird aber knapp hier, du. Ach, kriegen wir hin. Nicht so pessimistisch, ja. Klar. Dann kriege ich wieder Ausschlag. Okay, die Boxen können wir miteinander stellen. Sehr gut. Und sie ist da aber reingepasst. Mensch, mir geht damit. Ach so, du wolltest eigentlich, du wolltest zu fahren. Ist doch egal. Äh, warte mal, wo müssen wir jetzt? Wir müssen hier, nein, rechts, links, rechts, rechts. Genau, da war die Fressbude, genau. Mal sehen, wie viel Kohle da gibt. Aber die ist nicht eingetragen auf der Map. Ich denke mal, das kommt irgendwann noch. Ja, aber die ist gegenüber vom Autohaus. Oh, Moonlight, Alter. Ich bin voll in meinem Element, ey. Ich werde nicht mehr so. Irgendwann kommt noch Getreide anbauen. Ja. Ach du Scheiße. Danke. Ja. Wer hat das Ding geholt vom Autohaus? Ole? Lass dich einfach wollen. Dann fährt der nicht tanken, der Junge. Aber es geht hier weg runter gleich. Ja, wir sind in der Nähe von der Tanke. Dann roll einfach durch oder so. Bist du das Ding, dass wir noch an der Tanke kommen jetzt? Ja, nach dem Autohaus kommt die Tanke ein Stück weiter. Roll einfach. Drück einfach nach vorne. Bleib nicht stehen. Bleib jetzt nicht stehen. Fahr weiter. Oh, diese Stille. Oh, ist das lustig, ey. Ich bin schon gewundert, ey. Jetzt spielen wir hier die Beta und dann, äh. Oh, jetzt geht's berghoch. Ja, entspann dich, sonst schieben wir. Schatten wir. Oh, Hina hört auf. Es ist da mal. Da ist die Tanke. Ich seh sie. Ich seh sie. Aber wir kommen nicht hin. Warte, ich steig aus. Ich schieb. Ja, aber das geht? Nein. Halt, brems doch mal. Warte. Nein, bremsen. Scheiße, warte. Ich versuch mit dem Ding zu dir zu kommen, okay? Das wird nix. Entspann dich, ich versuch's jetzt mal. Oh, nein, ey. Nein. Jenny. Häng dich mal rein. Geht das nicht? Setz dich mal rein ins Auto. Ja, ansonsten muss einer herkommen hier mit dem... Kann uns einer... mit dem Kanister. Gib mal Gas. Also nach vorne und Handbremse loslassen. Ach, nee, ist das schon. Geht nicht. Kann einer, kann einer, ähm... Ja. Komm, lass uns mal die Tüko, die Tüko... Naja, nö. Lass mal hin, zurücklaufen, ist er hier gleich in der Ecke. Hallo, wo willst'n du hin? Die Straße zurück. Ach so, hä? Ach so, ja stimmt. Ach so, verkaufen. Ja, ich komme. Schönen guten Morgen, Frau Preil. Ich wollte das... Hä, aber es ist doch nur in einer Box was drin, oder? Ja, die untere. Ach so. Hab ich die? Oh. Ja. Oh. Tö-dö. Ratatatata. Ratatatata. Du, der Asphalt an meinen Fußsohlen tut mir weh, ja? Ich bin es nicht gewöhnt, laufen zu müssen. Oh, René, oh, René. Du als Fahrer, er hättest darauf warten müssen. Also, ich guck, ich guck, ich guck ein bisschen vorne nach links und rechts. Aber du bist aber losgefahren mit dem Auto. Ja, und? Ich bin eine Frau. Okay, einnehmen wir uns drauf, Ole, du und ich haben Schuld. Weil wir drei sind gefahren. Genau. Mit der Schlöpe. Ist mir egal, weil ihr habt trotzdem Schuld. Komm hier hinten rein. Hier, wo kannst du das gleich hin? Und mich lässt du die Scheiße schleppen, weißt du? Raus, ne, was steht hier? So. Keine Kenne-App, oder? 1,8. Und wo verkauft man das? Ne, da sind doch zwei drinnen, Jung. Nämlich nicht Jung, Alter. Hier. Warte mal, ich will doch mal mitgucken. 132? Oh, für zwei so eine Dinger, 132 Dollar, kann man doch nicht mehr gehen. Ja, los, ein Verkauf. Dafür, dass man halt einfach nur die Milch rauspumpelt, ist doch gut. Na, einmal eine Milch rauspumpen. Rausdrücken. Ich muss urinieren. Er geht gar nicht in den Streifen mit dem Ding in der Hand, ne? Ja. Ach, guck mal, da wird schon getankt für uns. Oh, wie lieb. Wer tankt denn da jetzt? Moonlight. Oh, wie süß. Oh, du bist ein Schätzchen. Ne, ich bin in der Küche. Was? Das macht der Ole. Oh, Ole, das ist echt nett von dir. Oh, wie lieb, ey. Vielen, vielen Dank. Wo gehst du hin? Ole, wir stehen hier. Ihr seid doch schon vorgetan. Ja? Geil. Oh, vielen Dank, ey. Vielen, vielen Dank. Wo ist er jetzt? Bist du zu Fuß? Ja. Warum sehe ich dein Gehirnskopf nicht? Ja, da ist er doch. Oh, der ist aber flott unterwegs. Oh, ich will auch gleich in die Küche zu Moonlight, ey. Da komme ich voll hin. Geil, ey. Ja, Mann. Hat er den fetten Fels mit dir doch? Mega. Also ein paar Sachen sind schon fertig. Geil. Ich bringe gleich noch eine Kühlbox mit Ryan. Sascha. Und den Topf. Voll über den Felsen hier fahren. Äh, fall überhaupt verkehrt hier? Ja, fahr mal. Du musst jetzt nach rechts. Ich bin bloß über die Straße gefahren, ey. Wer hat denn gesagt, dass du da in dem Wald fahren bist? Geht's gerade aus. Ich hatte so noch Wumms. Oh, scheiße. Ich liege auf der Seite. Okay, ich stehe wieder. Wo bist du jetzt hin, Tari? Ich laufe, ich habe Angst. Ich bin schon zu Hause. Nix. Du überfährst mich nicht hier. Aber hatten wir das auch neu mit dem Nebel? Oder hatten wir schon mal Nebel? Ja, doch, doch. Ne, Nebel hatten wir noch nicht. Heute schon. Also zu Anfang. Ja, heute. Ja. Ja, ich rede davor. Wo war noch nicht. Ach so. Wie fahr ich denn, Nil? Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin um die Straße gefahren. Und dann ist die Frage, kann man eigentlich schon ein neues Haus bauen? Nein, habe ich schon getestet. Ach so, gut. Macht fünf Euro. Daneben stehen halt. Also ich wäre dafür, dass wir nochmal in Schweine investieren. Hallo, mein Schatz. Hi. Ich bin dafür, wir investieren nochmal in Schweine. Können wir denn noch Börja machen? Das kommt bestimmt noch. Wieso liegt hier Kack auf der Straße? Na, hat sich einer der Mädels wohl nicht zurückhalten können. Entschuldigung, ich habe halt auch manchmal Po-Ausflüsse. Was? Aber können wir, warum stellt ihr das alles ins Haus? Weil es doch schön ist, eine Küche zu haben. Nein, ich meine, wir hatten die ganzen Säcke, Jens. Die Säcke? Ja, die Säcke. Na, die hier ist die Treide-Säcke. Hä, die sind hier nicht drin. Nee. Nee. Die sind im Schuppen. Ich habe dann schon eine abgeladen. Warte, ich leg mal rein. Aber was kriegt man denn jetzt, wenn man das ohne diesen Schimmel macht? Gar nicht. Sicher? Ja, aber ich kann... Nein, ich hätte es mal überstunden, wenn es ein Wiener geht. Naja, weil man kann jetzt trotzdem kochen drücken. Ja. Echt? Ja. Gerne, der kocht doch mal. Scheinst du bestimmt trittst du noch weniger Geld? Ist er leer? Hm. Ach so, er braucht wahrscheinlich länger. Guck mal, oder? Nee. Na, bin ich ja mal gespannt, was daraus jetzt kommt. Ich auch. Was hast du denn eigentlich verkauft? Was war denn das? Oder ist es jetzt vielleicht Quark? Das kann sein. Zack. War das so? Warte. Ja, wo steht denn das eigentlich? Das ist... Ah, warte, Ole, lass mich mal bitte durch mit deinen Muskeln. Warte, ich leg mal rein. Quark. Stinknormaler Quark ist es jetzt. Was hatten wir vorher? Weißschimmel. Oh, ich bin... Ich glaube, ich habe wieder einen Ausbruch der Gefühle. Mein Spiel stößt ab. Ja, was wollen wir denn jetzt machen? Nur Quark, oder? Nö, wir machen alles. Wir können ja von allem was machen. Wir können alles mal ausprobieren. Ja, dann müssen wir das andere aber auch nochmal kaufen. Ja, wir müssen eh einmal mit dem LKW los. Zwei Schweine holen, wenn möglich. Dann, ja, mein Spiel ist hier, ist abgestürzt. Zwei Schweine holen. Dann vielleicht nochmal... Vielleicht sollten wir auch den elektrischen holen? Was kostet denn der elektrische? Der kostet mehr. Naja, wir politieren ja auch viel. Ja, ich muss jetzt einmal meine Aufnahme beenden, weil hier ist abgestürzt, so. Müssen wir mal gucken.